Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die beiden zentralen Fragen bei Auswahlproblemen kennen. Und zwar ist die Reihenfolge wichtig und ist mehrfach Auswahl erlaubt. Außerdem solltest du die Anzahl der Möglichkeiten in jedem dieser vier Fälle berechnen können. Dein Ziel für dieses Video ist, die Zeit zu berechnen, die du brauchst, um dein Fahrradschloss zu knacken, wenn du den Code oder Teile des Codes vergessen haben solltest. Schauen wir uns die Aufgabe genauer an. Du hast den vierstelligen Zifferncode für den Fahrradschloss vergessen. Pro Sekunde kannst du zwei Kombinationen ausprobieren. Wie lange benötigst du höchstens, um das Zahlenschloss zu knacken, wenn? Und die erste Frage ist nun, du keine weiteren Informationen hast. Nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit, beantworte Frage 1 und wir sprechen dann über das Ergebnis. Na gut, beantworten wir als erstes unsere beiden zentralen Fragen. Erstens, ja, es kommt auf die Reihenfolge an. Es ist nicht egal, welche Ziffer an welcher Stelle steht. Und zweitens, ja, Mehrfachauswahl ist erlaubt. Wir können ruhig Ziffern öfters auswählen. Das bedeutet, es handelt sich hierbei um eine Variation mit Mehrfachauswahl. Und das heißt, wenn wir jetzt ausrechnen wollen, wie viele Kombinationen insgesamt möglich sind, können wir das so machen, indem wir einfach 10 mal 10 mal 10 mal 10 oder eben 10 hoch 4 rechnen. Wir können uns einfach gleich mit der Formel helfen, indem wir uns daran erinnern, dass wir sagen, wir haben n gleich 10 Ziffern und k gleich 4 Positionen, also 10 hoch 4, also insgesamt 10.000 mögliche Kombinationen. Jetzt wollen wir noch ausrechnen, wie lange wir höchstens brauchen könnten, um dieses Zahlenschloss dann zu knacken. Dafür müssen wir uns unsere 10.000 Kombinationen durch die zwei Kombinationen pro Sekunde dividieren und erhalten 5.000 Sekunden, also circa 83 Minuten. Dann schauen wir uns gleich die nächste Aufgabenstellung an, und zwar wie lange benötigst du höchstens, wenn du noch weißt, dass die erste Ziffer 4 und die zweite Ziffer 2 ist. Nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, beantworte Frage 2, pausiere dazwischen kurz das Video und wir sprechen dann über das Ergebnis. Hier haben wir jetzt den großen Vorteil, dass wir uns noch daran erinnern können, dass die erste Ziffer 4 ist und die zweite Ziffer 2. Es spielt jetzt eigentlich gar keine so große Rolle, dass die erste Ziffer ausgerechnet 4 ist und die zweite Ziffer ausgerechnet 2. Wichtig ist für uns, dass dadurch jeweils die anderen neuen Auswahlmöglichkeiten für die erste und zweite Ziffer wegfallen. Das heißt, für die erste haben wir nur eine einzige Auswahlmöglichkeit und das ist 4 und für die zweite haben wir auch nur eine einzige Auswahlmöglichkeit. Ansonsten ist eigentlich alles gleich wie bei 1. Das bedeutet, wir haben insgesamt 1 mal 1 mal 10 mal 10, also insgesamt 100 mögliche Kombinationen. Und wieder können wir noch ausrechnen, wie lange wir jetzt höchstens brauchen. Und zwar 100 Kombinationen durch 2 Kombinationen pro Sekunde liefert insgesamt 50 Sekunden. Also, wir sehen schon, es zahlt sich aus, sich allein die ersten beiden Ziffern zu merken. Wir sind beim Knacken schon viel, viel schneller. Na gut, schauen wir uns die nächste Aufgabenstellung an. Wie lange benötigst du höchstens, wenn du noch weißt, dass die erste Ziffer und die letzte Ziffer gleich sind? Nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video, beantworte Frage 3 und wir sprechen dann noch über das Ergebnis. Wir wissen also, dass die erste und letzte Ziffer gleich sind. Was bringt uns das? Na ja, gehen wir einfach noch einmal Schritt für Schritt durch. Für die erste Ziffer haben wir hier wieder 10 Möglichkeiten, für die zweite auch, für die dritte auch, für die letzte, aber nur eine einzige und zwar einfach dasselbe, was wir bei der ersten Ziffer ausgewählt haben. Das bedeutet, wir haben hier jetzt insgesamt 10 mal 10 mal 10 mal 1, also insgesamt 1000 mögliche Kombinationen. Was bedeutet das dann für die Zeit, die wir brauchen, um das Schloss zu knacken? Wir müssen hier jetzt eben rechnen, 1000 Kombinationen gebrochen durch zwei Kombinationen pro Sekunde und das liefert 500 Sekunden bzw. eben ein bisschen mehr als 8 Minuten. Gut, dann kommen wir zur vierten Frage. Wie lange benötigst du höchstens, wenn du noch weißt, dass das Produkt der vier Ziffern ungerade ist? Nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, pausiere das Video, beantworte Frage 4 und noch ein kleiner Tipp. Denk über die Frage nach, wann ist ein Produkt ganzer Zahlen ungerade? Na gut, wann ist ein Produkt ganzer Zahlen ungerade? Na ja, dann, wenn alle Faktoren ungerade sind. Denn sobald ein gerader Faktor dabei ist, wird das ganze Produkt gerade. Das heißt, wir dürfen jetzt nur ungerade Ziffern zulassen. Das heißt aber, dass wir an jeder Position nur noch fünf Möglichkeiten haben. Das heißt, um das ganze schnell zu beantworten, es gibt hier 5 hoch 4 oder eben 625 mögliche Kombinationen. Was bedeutet das für die Zeit, die wir brauchen? Naja, 625 Kombinationen gebrochen durch zwei Kombinationen pro Sekunde liefert 312,5 Sekunden oder eben ein bisschen mehr als fünf Minuten. Gut, und eine letzte Frage haben wir noch. Und zwar, was ist, wenn du noch weißt, dass das Produkt der vier Ziffern gerade ist? Nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, pausiere dazwischen das Video. Und ein kleiner Tipp, wie kann dir Frage 4 dabei jetzt helfen? Na gut, wir haben jetzt gerade vorhin schon festgestellt, wann ein Produkt von vier Ziffern gerade ist. Bei Frage 4 haben wir besprochen, dass ein Produkt ganzer Zahlen genau dann ungerade ist, wenn alle Faktoren ungerade sind. Bei gerade ist das jetzt ein bisschen fieser, denn da reicht es, dass ein einziger Faktor gerade ist, sodass das ganze Produkt gerade ist. Wir können uns jetzt aber mit einem Trick helfen. Und zwar, wir wissen, für vier Ziffern gibt es insgesamt zehn hoch vier mögliche Kombinationen. Und jetzt wissen wir auch noch, dass für fünf hoch vier dieser möglichen Kombinationen gilt, dass das Produkt der Ziffern ungerade ist. Das heißt, für alle anderen Kombinationen muss gelten, dass das Produkt der gerade ist. Das heißt, wir können hier die Anzahl der möglichen Kombinationen berechnen, indem wir einfach von den zehn hoch vier möglichen Kombinationen die fünf hoch vier Kombinationen abziehen, für die gilt, dass das Produkt ungerade ist. Und so erhalten wir 9.375 Kombinationen, für die gilt, dass das Produkt der Ziffern gerade ist. Jetzt müssen wir noch ausrechnen, wie lange wir höchstens brauchen, um das Schloss zu knacken. Also 9.375 Kombinationen gebrochen durch zwei Kombinationen pro Sekunde. Und das liefert 4.687,5 Sekunden oder eben circa 78 Minuten.